In einer Welt, in der von Energieversorgern erwartet wird, dass diese die Bedürfnisse ihrer Kunden kennen und selbst vorausschauend relevante Angebote unterbreiten, noch bevor die Kunden selbst aktiv werden, ist ein 360-Grad-Kundenblick der einzige Weg, um in diesem hoch umkämpften und herausfordernden Markt erfolgreich zu sein. Lernen Sie B-Teller Utilities CRM für Vertrieb, Marketing und Service kennen. Als maßgeschneiderte und anpassbare Lösung für Energieversorger, die sowohl in Industrien als auch im Privat- und Geschäftskundengeschäft noch besser werden wollen. Diese leistungsfähige Lösung vereint Ihre gesamten Kundendaten zu einem 360-Grad-Blick und hilft Ihnen, Ihre Abschlussquoten zu verbessern. Die tägliche Arbeit Ihrer Vertriebs- und Servicemitarbeiter wird durch die Vertriebsautomatisierung deutlich verbessert. Auf Grundlage dieser 360-Grad-Sicht können Vertriebs- und Marketingmitarbeiter durch personalisierte Angebote und Marketingkampagnen leichter ihre Ziele erreichen. Utilities CRM ist eine integrierte Lösung und bietet unter anderem folgende Möglichkeiten. Planung und Durchführung von Omnichannel-Marketingkampagnen. Leads generieren und zu Verkaufschancen weiterentwickeln. Standardisierte und komplexe Preismodelle. Ab- und Cross-Selling-Potenziale steigern. Auch für Non-Commodity. Kundenservice verbessern. Kundenverträge gezielt verlängern und die Kundenbeziehung stärken. Weitere Informationen für eine digitale Transformation mit Customer Engagement finden Sie auf unserer Webseite. Fordern Sie gerne auch eine kostenlose Demo an.